Auf jedes Tief folgt ein Hoch. Nachdem der VfC Plauen am vergangenen Samstag trotz des Sieges im letzten Spiel der Saison vom Bischofswerda FV durch zwei Tore mehr im gesamten Torverhältnis vom Aufstiegsplatz gedrängt wurde, gab es ein riesiges Hin und Her in den letzten Tagen. Wird Bischofswerda von seinem Aufstiegsrecht Gebrauch machen? Nun steht die Entscheidung fest. Der Bischofswerda FV08 erklärte am heutigen Morgen den Aufstiegsverzicht. Dem Verein fiel die Entscheidung nicht leicht, betonte man in der Pressemitteilung. Auf Nachfrage unseres Senders beim NOFV am gestrigen Dienstag schienen alles seine Wege zu gehen, denn der Antrag des Vereins sei genehmigt. Nun entschied sich der Verein dennoch für den Aufstiegsverzicht. Dem Bischofswerda FV sei es neben der sehr erfolgreichen sportlichen Entwicklung nicht gelungen, die wirtschaftlichen und zusammen mit der Stadt Bischofswerda die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine nachhaltige Rückkehr in die Regionalliga Nordost realisieren zu können. Von der sportlichen Seite des Vereins wäre der Aufstieg kein Problem gewesen und man hätte durchaus eine konkurrenzfähige Mannschaft in die Regionalliga gebracht. Doch einige andere Faktoren spielten ebenfalls eine wichtige Rolle. Die regelmäßige Nutzung bzw. freie Verfügbarkeit der einzig möglichen Regionalliga-Spielstätte, dem Wesenitz-Sportpark beispielsweise, sei aufgrund der Mehrfachnutzung des Stadions durch weitere Vereine der Stadt Bischofswerda nicht gewährleistet. Ebenfalls reichen die wirtschaftlichen Strukturen des Vereins aktuell nicht aus, um den nächsten Schritt auf sportlicher Ebene verantwortungsbewusst gehen zu können. Fakt ist laut dem Verein, dass das Wohl des gesamten Vereines über dem jeder einzelnen Mannschaft stehe. Somit kann der VfC Plauen nun aufatmen und die Entscheidung über den Aufstieg in die Regionalliga Nordost selbst treffen.